Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Wir waren ein bisschen in der Mine, haben ein bisschen Erze gesammelt und sehr wenig Eisenerzen bekommen, weil wir irgendwie Pech hatten. Ich versuche jetzt nochmal, Erze zu sammeln. So. Das kann ruhig raus. Die Kohle kann eigentlich auch raus. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das auch, das nicht, das kommt hier rein und hier, nein, hier kommt der Rest wahrscheinlich alles. Das, 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 das und die Steine hier. So, ab geht's zur Mine. Direkt weiter. Vorletzter Tag im Winter. Hoffentlich wird's diesmal besser. Oh. Oh. danke ich will von euch eigentlich nur eine sache haben das ist kohle keine bessere kohlequelle als die warum ist das eigentlich wieder nicht hier so 41 zwölf uhr mittags pünktlich letzter tag der saison die den busch über den spielplatz an den busch über den spielplatz und 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 die kohle will ich mitnehmen mindestens ein kurz kommen schön wenigstens ein bisschen kohle und jetzt suchen wir die treppe wieder mal gut 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 treppe da ist nichts mehr 93 das sind ich überlege gerade wie das mit den springen aussieht die ein bisschen teurer sind die also nicht den lithium waren brauchen weil der ist ein bisschen arsch teuer sondern letzter tag der saison im bus hinterm spielplatz aber dass da noch ein busch gibt sehr gut so nichts gebracht und wieder dieser tunne das ist cool 29 ist wirklich cool sonst könnte ich auch noch in der wüste kopf 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 Rubin Ring? Hab ich das ganz richtig gesehen? Aber ich brauch den Vampir Ring zu sehr. Wie zu sehr. Ich habe einen kleinen So. 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 Drei Hartholz nehme ich gerne mit. Habe ich übrigens vergessen zu sammeln, gar. Das fällt mir auch mal so ein. Habe ich jetzt schon den Tunnel entdeckt eigentlich. Wieviel habe ich denn? 134. Ist jetzt nicht so sensationell. 24 kommen. Ein bisschen weniger als 24 kommen da raus. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Kaul. Habe ich jetzt zwei Artefakte? Ja. Habe ich. Ne. Runter. Ich möchte mir vor die Gegend angucken, aber ich genau weiß, wo ich hin muss. Keine Überraschung hier. Busch hinterm Spielplatz. Das ist tatsächlich nur einer. Zumindest ist der wahrscheinlich gemeint. Sonst muss man halt beide ausprobieren. Und den blöden rostigen Löffel wieder. Egal. Egal. Stein, Kohle, den Ring. So, das, 29, das, 29, ich brauche 50, das heißt, ich brauche noch 21 Stück davon, das ist nicht so cool. Wenn ich um 12 Uhr da bin, saft, grüne Flasche, saft, gucken wir mal, ob wir das noch irgendwo finden. Hier nicht. Nein, 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 auch nicht. Ach, sind doch noch die beiden. Ich weiß ja nicht, ob wir das nicht nochmal brauchen. Weil, die Pilze auf jeden Fall nicht, aber, oder vielleicht doch irgendwann mal, aber. Den, den, rein tue ich lieber mal hier rein. Das tue ich mal nicht hier rein. Das gehört da auch nicht rein, das gehört nämlich verkauft. So, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich, äh, ja, diese 12 Uhr Quest machen werde. Tschüss. Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!